Wir sind Intra-Otto-Sense, wir sind ein Team von Medizinern, Biologen und Ingenieuren und arbeiten daran, eine objektive Möglichkeit der Bewertung des Kniegelenkknorpels zu entwickeln. Seit mehr als 25 Jahren behandle ich Patienten mit degenerativen Gelenkerkrankungen und auch Sportverletzungen. Im Rahmen der Behandlung dieser Verletzungen können wir uns durch die präoperative Bildgebung, aber auch sogar intraoperativ nicht immer genau sicher sein, wie die Knorpelqualität in diesen Gelenken ist. Um optimale Therapiewahlen zu ermöglichen für den Patienten ist ein zusätzliches Tool zur Beurteilung der Knorpelqualität intraoperativ unabdingbar. Das Prinzip ist sehr, sehr einfach. Wir lauschen am Instrument. Immer wenn ein medizinisches Instrument mit Gewebe interagiert, entstehen Vibrationen und diese breiten sich ganz natürlich durch die Struktur des Instruments aus. Und diese vibroakustischen Signale erfassen wir jetzt außerhalb des Körpers am anderen Ende des Instruments. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel über eine raue Oberfläche streichen, dann entstehen da andere Vibrationen als über eine ganz glatte. Und diese Informationen werten wir aus und beziehen sie eben in unsere Analyse des Knorpels mit ein. Das Innovative an unserer Lösung ist, dass wir ein bereits vorhandenes Instrument nehmen und über unsere Plug-and-Play-Lösung ein intelligentes Tool daraus machen. Und dieses liefert dem Chirurgen dann Informationen, die ihm einfach in seiner Entscheidung Sicherheit gibt und dadurch im Endeffekt Lebensqualität für den Patienten erhalten. Unsere Vision ist, dass unser Produkt in Zukunft in jeder orthopädischen Klinik zum Einsatz kommt und bei jeder Implantation eines Kniegelenks verwendet wird, um über Art und Umfang der Versorgung zu entscheiden. Vielen Dank. Vielen Dank.